... ... ... ... ... ... Mikro aus. Mikro aus. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie alle da sind. Und so viele. Genau, und unser erster Song heißt Escape. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Ach ja, und den nächsten Song wird Heiko, der eine Gitarre ist, auch eine neue Gitarre brauchen. Deswegen bin ich jetzt gefragt, was zu erzählen. Ja, die Band gibt es seit 2008 und wir hatten in der Band auch diverse Wechsel und heute ist es für uns auch ein ganz besonderer Tag, weil zum einen unsere ehemalige Bassistin da ist, die uns verlassen hat, als sie nach Tübingen gegangen ist. Und ein extra Applaus für Julia, die heute extra aus Tübingen gekommen ist. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und auch unsere ehemalige Sängerin ist heute hier, die leider auch nicht mehr in Potsdam wohnt und trotzdem heute hier ist. Und da freuen wir uns auch, und zwar Luise. Ja, vielen Dank auch an dich, dass du heute da bist. Ach ja, und dann hatten wir noch jemanden ganz kurz bei uns in der Band. Und er ist ein Gründungsmitglied, nämlich Thomas. Okay. Das nächste ist Instrumental No. 1. 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 Musik 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 The song is Also drei ements der text von ein buch von natascha walter was da heisst in Moving Dance kann ich nur ehemens Ernst liegen maximrische ja und er heißt ganz stilecht prototype popcorn T которое adesh uch T ia » «�� 가격 Gell Gell für Ihre Daughters to riot. Hey, hey, hey. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Untertitelung. BR 2018 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 Aber bevor wir sozusagen enden und euch allen klar wird, dass da draußen minus 18 Grad sind, haben wir euch noch ein bisschen Sommer mitgebracht. Und anlässlich dessen, dass Julia heute da ist, würde ich vorschlagen, dass wir uns von Julia widmen. Und sie weiß jetzt schon, was kommt. Also vielen Dank, dass ihr heute alle da wart. Wir waren Ghosts and Flowers mit Lutz am Keyboard. Und auch Piano natürlich. Eko an der Gitarre. Steve am Bass. Ein ganz besonderer Applaus für Steve, der sich wahnsinnig schnell in alle Songs einkriegt. Und weil wir ihn im Proberaum, wo er die Proberaumleitung macht und im Prinzip ohne ihn unsere Songs gar nicht schon so weit werden, weil wir ihn dort so wenig wertschätzen, am Schlagzeug Dr. Markus Ruck. Und der Song heißt Toast Hawaii. Der macht die Rucke, der macht die Rucke, der macht die Rucke. Und sein Instrument in der Kultur-Banausen. Der macht die Rucke, der macht die Rucke. Der macht die Rucke, der macht die Rucke, der macht die Rucke. Der macht die Rucke, der macht die Rucke, der macht die Rucke. Sanctus Sanctus Zugebe! 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 Klapp Zugebe! dass wir heute hier spielen dürfen. Dankeschön. Und eine ganz besondere Freude hat uns heute Kevin gemacht mit seinem ganz tollen Shirt. Vielen Dank dafür. Nicht zu vergessen haben wir seinen Becke Ballstein. Vielen Dank. 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 T-Shirt für Flo. 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 T-Shirt für Flo.